Brawl Talk Die Mega-Boxen sind zurück, aber es gibt ein Aber. Alles, die wichtigsten Highlights aus dem neuen Brawl Talk in diesem Video. Boxen, der Event Classic Brawl mit zwei neuen Game-Modes, die Götter gegen Monster Season, ganz viele neue Skins, ein neuer Brawler, Barry, das Einhorn, die Social Features werden verbessert, sieben neue Hypercharges, wer bekommt sie? Die Paint Brawl Season. Paint Brawl, was ist das? Ein neuer Brawler, Clancy, und ein paar Bonus-Infos für euch. Wir starten mit den Mega-Boxen, das interessiert euch am allermeisten. Die sind zurück, aber nur für kurze Zeit. Mit der Zeitmaschine ist das Brawl Stars Team zwei Jahre in die Vergangenheit gereist. Damals hat Danny die Mega-Box zerschlagen, und das haben sie nun verhindert. Sie haben die Mega-Box gerettet. Es gibt Mega-Boxen während dem Classic-Brawl-Event nach dem Update. In den Boxen kannst du auch den neuen Skin Sovereign Rico bekommen. Für die Mega-Boxen muss man, wie früher, Star-Token sammeln. Man bekommt sie mit dem ersten Gewinn des Tages. In Game-Modes, die mit einem Star-Token markiert sind. In speziellen Quests. Und es gibt eine Mega-Box-Challenge. Die Boxen kannst du entweder sofort öffnen, wenn du ungeduldig bist, oder du sammelst sie alle und öffnest sie dann alle auf einmal. Was ist eigentlich so speziell an Mega-Boxen? Für alle die, die damals noch nicht dabei waren, in Mega-Boxen kannst du verschiedene Belohnungen erhalten. Denn gleichzeitig in einer Box Skins, Gold, sogar Gems. Das Event startet am 12. Juli und dauert bis 31. Juli. Also geniesst die Rückkehr der Mega-Boxen. Während dem Classic-Brawl-Event wird es passend dazu zwei neue Game-Modes geben. Der erste, Spiegel-Match, Mirror-Match. Alle spielen denselben Brawler. In jedem Spiel ändert sich der Brawler. Er rotiert unter den ursprünglichen 21 Brawlern. Der zweite Modus, Trommelwirbel, Drumroll. Der Brawler verändert sich während dem Spiel. Immer wenn du einen Gegner erledigst, kriegst du den nächsten Brawler. Wenn du deine letzte Form angenommen hast und noch einen Gegner besiegst, dann hast du gewonnen. In beiden Game-Modes sind die Brawler ganz so wie früher. Das heisst, Level 9 ist ihr Maximum und sie haben nur eine Star-Power, keine Gadgets und keine Gears. Und schon gar keine Hyper-Charge. Passend dazu gibt es neue Skins. Ganz besonders die Stellar Shelly, die an Star Shelly, der OG Shelly, angelehnt ist. Alle die Skins können auch in Mega-Boxen sein. Die neue Season, Götter gegen Monster, startet am 4. Juli. Auch da gibt es mega viele neue Skins. Der neue Brawler, Barry. Er ist ein Werfer, der mit geschmolzener Eiscreme um sich wirft. Oh, eine Schweinerei. Er macht Schaden über die Zeit und heilt seine Teammates. Eine Mischung von allen möglichen Eigenschaften. Mit seiner Suppe testet er vorwärts wie ein Eistornado und wirft Eiscreme um sich rum. Sauerei. Speziell an ihm ist, dass er seine Suppe auch lädt, wenn er seine eigenen Teammates trifft. Er kommt mit einem zusätzlichen Skin, dem dunklen Pferd Barry. Dann werden die Social Features verbessert. Das heisst, es wird einfach ein Team zu finden. Nach einem Match kannst du direkt Freunde dazufügen. Und wenn du in einem Team spielst, bekommst du mehr XP. Wenn du in keinem Team bist, dann geh jetzt in ein Team. 7. Neue Hypercharges. Barley wirft drei Flaschen, die auch Büsche zerstören. Frank braucht mit der Super nicht mehr zu zielen, weil er rundherum Zerstörung anrichtet. Angelo Super folgt ihm nun, egal wohin er geht. Hyper wirft noch mehr Bomben und pusht Gegner zurück, dort wo sie landet. Ems pusht Brawler mit ihrer Super weg und hat danach einen gezielten Spray. Ricos Bälle bouncen noch weiter. Geldschuss wird breiter und feuert weiter. Welche dieser Überladungen findest du die most OP oder die beste? Die danach folgende Paint Brawl Season bringt ebenfalls einen weiteren Game Mode. Und noch mehr Skins. Ganz viele Skins. Und einen neuen Brawler Clancy. Das ist ein Medium Range Damage Dealer, der sich ähnlich wie Surge upgraden kann mit kleinen Veränderungen. Nicht nur sein normaler Angriff ändert sich durchs Upgrade, sondern auch seine Suche. Der neue Game Mode, was ist das? Wie der Name schon sagt, Paint Brawl geht es darum, welches Team die grössere Fläche anmalen kann. Alle Details sind noch nicht bekannt, aber du besiegst Gegner, um Bereich der Fläche anzumalen mit der Farbe deines Teams. Das klingt lustig. Jetzt die Bonus-Infos. Frank wird überarbeitet. Neu ist, je tiefer seine HP, desto schneller seine Angriffe. Damit könnte er deutlich stärker werden. Mac schiesst in der Mecha-Form nun mehr Projektile, hat aber eine kürzere Reichweite. Damit wird sie mehr zum Nahkämpfer. Chester bekommt eine Veränderung in der Star Power. Das wird seine Angriffe verstärken. Und hat er nötig, Chester aus meiner Sicht der schwächste Legendäre. Und neu wird man sehen können, aus welchem Jahr der Brawl Stars Account ist. Das ist der ultimative Flex. Bei wie vielen wird da 2017 stehen wie bei mir? Auch wichtig, Bling hat kein Limit mehr. Also du kannst jetzt sammeln und sammeln und Bling, Bling, Bling. Und auch nicht unwichtig, es wird wieder ein Giveaway von den Creators geben, diesen coolen Bullskin. Auch bei mir werdet ihr ihn bekommen können. Ich werde ihn wieder verlosen. Das sind die wichtigsten News aus dem Brawl Talk. Was gefällt dir am besten davon? Schreib's gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt.